Ungehorsam ist ein Begriff, der uns in vielen Bereichen des Lebens immer wieder beschäftigt. Aber was genau ist eigentlich Ungehorsam? Ist das Brechen mit Werten, Normen und Verhaltensmustern schon ungehorsam? Sollten wir lieber alle ungehorsam sein? Mit diesen und vielen weiteren Fragen haben sich die fünf Teammitglieder des Projektes Confessions of the Disobedient auseinandergesetzt. Das sehr breit gefächerte Thema wird dabei anhand von verschiedenen Bekenntnissen der Ungehorsamen präsentiert. Bilder der ProtagonistInnen, die ihre ganz eigene Vorstellung von Ungehorsamkeit haben, verstärken die Erzählungen. Dabei entstand eine gleichsam kreative wie professionell designte Website, die es schon von Beginn an schafft, ihre BesucherInnen neugierig auf mehr zu machen. Die einfache Bedienung des Webangebots und die detaillierte Aufarbeitung schaffen ein hürdenloses und auch spannendes Lesegefühl. Die Jury bedankt sich dafür mit dem Hauptpreis im Jahresthema Grenzenlos. Die Jury bedankt sich dafür mit dem Hauptpreis im Ende der Hintergrund.